Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 11. Juli. Heute haben wir dabei Amazon, Google Translate, Dropbox Transfer, Bird und Nintendo. Beginn tun wir mit Amazon bzw. dem Gerichtshof der Europäischen Union. Denn die haben nun entschieden, dass Amazon nicht telefonisch erreichbar sein muss. Denn die Klagung ist beim Gericht in der EU. Und worauf wurde geklagt? Ja, dass man Amazon nicht telefonisch erreichen kann und dass Amazon auch keine Faxnummer hat. Das muss man sich mal vorstellen. Aber der Europäische Gerichtshof hat gesagt, du, es gibt genug Möglichkeiten, Amazon bietet einen Rückrufservice an. Also man muss nicht anrufen in der Wartschlange sitzen, sondern wird theoretisch direkt zurückgerufen. Es gibt einen Live-Chat und das würde alles ausreichen. Ja, so weit, so gut. Ich bin da auch ganz beim Europäischen Gerichtshof. Und generell ist der Service bei Amazon meiner Meinung nach auch unübertroffen. Da können andere sich mal eine Scheibe von abschneiden. Aber inwiefern diese Entscheidung dann auch andere Online-Händler betrifft oder entsprechend andere vielleicht sogar dazu übergehen, dann eine Telefonnummer einzustellen oder eine Anrufmöglichkeit anzubieten, das wird sich jetzt noch zeigen. Und eventuell war es ja ein Eigentor. Google Translate, das ist ja die Übersetzungssoftware von Google, meist genutzt im Browser. Einfach mal was eingeben und dann wird es übersetzt in, was weiß ich, wie viele Sprachen. Mittlerweile wird die Sprache ja auch erkannt. Man muss nicht mehr direkt sagen, was für eine Sprache es ist. Und jetzt wurde die Kamera-Funktion von Google Translate upgedatet. Also man kann seine Smartphone-Kamera auf beispielsweise ein Verkehrsschild halten und dann bekommt man den Text, der dort in einer anderen Sprache ist, übersetzt. Das ging bisher nur mit Englisch. Das geht jetzt mit über 100 Sprachen. Und auch hier gibt es eine automatische Erkennung, welche Sprache da gerade gezeigt wird. Die muss man dann nicht mehr manuell auswählen. Sehr schöne Funktion, die hilft bestimmt, auch mal mir in irgendwelchen Ländern, wo ich eben keine Sprache kann. Also ich kann eh nur Englisch oder Deutsch. Dropbox, die haben eine neue Funktion im Test und zwar Dropbox Transfer. Das ist praktisch deren Konkurrent zum sehr beliebten und weit verbreiteten Retransfer. Wenn man mal eben schnell eine große Menge, also nicht Menge, eine Anzahl an sich, meistens ist es ja ein SIP, eine einfach von der Dateigroße her extrem große Datei teilen möchte. Und mit Dropbox Transfer geht das mit Dateien von bis zu 100 Gigabyte Größe. Und ja, die lädt man dann ab, lädt man hoch und dann schickt man den Link und andere können die runterladen. Das Ganze ist auch total simpel gestrickt, also es gibt kein großes Design, keine große Usability. Dabei sieht es halt für mich auch relativ ähnlich, also es sieht zwar anders aus, aber es ist wie Retransfer, die eigentlich auch nur ein großes Bild haben und links den Button, um dann die Datei runterzuladen. Ja, inwiefern Dropbox Transfer dann auch Geld kostet oder nicht, das ist noch nicht bekannt. Retransfer, meine ich, ist bis zu einer gewissen Größe umsonst und danach muss man dann halt zahlen oder auch wenn man es branden will. Bei Dropbox kann man auch branden und gucken wir mal, wann das für alle verfügbar ist und eingesetzt werden kann. E-Scooter, immer noch ein Riesenthema für mich und einer der Veteranen oder der Veteranen, Burt, die haben sich jetzt entschieden, alles auf eine Karte zu setzen in Paris. Dort möchten sie bis 2021 tausend neue Stellen schaffen und Leute einstellen, denn sie haben gesagt, Paris ist extrem wichtig. Paris ist halt eine sehr kleine Stadt im Vergleich zu den Einwohnern, hat sehr viel Tourismus und dort waren im letzten Jahr teilweise bis zu zwölf Firmen auch am Start, die dort ihre E-Scooter verleihen wollten und mittlerweile sind es nur noch fünf oder sechs. Also die Hälfte ist auf jeden Fall schon wieder weg. Ja, und Burt, wie gesagt, möchte von Paris aus dann wahrscheinlich auch den europäischen Markt, aber auf jeden Fall Paris und Frankreich erobern. Und deswegen dort das Hauptquartier. Und es soll wohl auch bald Helme geben von Burt, sprich, wenn man ein Sicherheitstraining macht, dann bekommt man den Helm. Ist jetzt auch nichts Neues, das habe ich bei Lyft in Austin auch gemacht, also aber ohne Sicherheitstraining, da konnte man einfach im Headquarter vorbeigehen und sich einen Helm holen, der dann auch nichts kostet, natürlich auch nicht eine Riesenqualität hatte, aber ein Helm ist auf jeden Fall ganz hilfreich, wenn man sich noch nicht so auf den E-Scootern, ja, Firmen findet. Und jetzt zum Ende der Folge noch die größte Überraschung. Nintendo hat gestern die Nintendo Switch Lite vorgestellt. Ja, eine neue Switch in kleinerer Variante, ohne abnehmbare Joy-Controller und man kann sie auch nicht an den Fernseher anschließen. Das Teil soll am 20. September erscheinen, soll 199 Dollar kosten und hat einen kleineren Bildschirm, der ist nämlich nur 5,5 Zoll groß und ist auf jeden Fall eine interessante Erweiterung. Ich bin gespannt, wie die angenommen wird, denn die Switch, ja, überraschend oft sehe ich die so draußen in der freien Wildbahn. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe. Ja, ansonsten vom Gewicht tun die sich nicht viel. Die alte Switch hat 297 Gramm auf die Waage gebracht. Die Switch Lite bringt 275. Ja, ist halt nur kleiner, fest installierte Joy-Controller, wie gesagt. Und ja, vielleicht ist das was für euch. Für mich wahrscheinlich nicht. Und damit war es das auch für heute. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Habt einen tollen Tag, bleibt positiv. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.